hallo leute hallo Tobias heute habe ich ein dronen video aufgenommen und jetzt präsentiere ich es ihnen ein video habe ich in der nähe von tode kurgan aufgenommen ich lebe in kazakhstan und zeige ihnen unsere natur genießen sie dieses video und sehen sie das bis zum ende danke ihnen für ihre aufmerksamkeit und bis bald leute und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020